Du hörst tägliche Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Wähle auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8 Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Herr. Aber ich sehe, dass die Menschen, der Leib, nicht das ganze Werk am Kreuz in seiner Ganzheit, in seiner Herrlichkeit ergreifen kann. Auch ich kann es sicher noch nicht. Nein, ich will nicht sagen, dass ich es ergriffen habe und ich halte es wie Paulus, aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und vergesse alles, was hinter mir ist. An einem jeden Tag sollen wir mehr und mehr erkennen, was Jesus für uns getan hat, wie sehr Gott Vater uns liebt und wir sollen unsere Autorität annehmen, die wir in Christus haben. Das bedeutet auch, dass Jesus durch uns auch heute noch Werke des Teufels zerstört. Und ja, er zerstört sie auch heute noch in uns. Es ist nicht damit getan, dass wir ihn annehmen, unseren Glauben bekennen. Wenn wir wirkliche Nachfolge leben wollen, dann braucht es mehr. Ein inneres Aufräumen. Es braucht ein Bekenntnis, welches uns durch den Heiligen Geist dazu befähigt, unsere dunkelsten Räume zu öffnen, hineinzutreten und das Licht Jesu hineinströmen zu lassen. Wir sollen fliehen vor der Sünde. Wir sollen sie nicht mehr tun. Doch die Werke, die der Teufel in uns getan hat, die er in unsere Familie getan hat, diese Festungen sind einzureißen. Denn wir bleiben sonst Knechte des Teufels. Wir bleiben in seiner Knechtschaft und wir sehen es in Gemeinden, wo die Menschen aufhören, für Kranke zu beten, weil sie glauben, dass diese Gabe heute nicht mehr für uns ist. Die Menschen hören auf, in Zungen zu sprechen, obwohl nirgends in der Bibel steht, dass wir das nicht mehr tun sollen. Die Menschen glauben nicht mehr, so wie die Urgemeinde einst geglaubt hat. Und wir haben heidnischen Glauben übernommen in den Leib Christus. Damod soll Schluss sein. Denn der Heilige Geist will Reinheit. Denn heilig sollen wir leben so heilig, wie Jesus ist und unser Vater im Himmel, seine Größe, die wir nicht ergreifen können. Aus diesem Grund sollen wir uns kein Bild von Gott machen. Denn kein Bild, was wir uns machen können, ist groß genug, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Halleluja! Die Werke des Teufels zu zerstören. Die folgenden Andachten an den nächsten Tagen sollen dazu dienen, die Festungen, die der Feind errichtet hat, in dir, die er auch in mir errichtet hatte, die ich heute noch jeden Tag einreiße, weiter und weiter gehe und jeden Stein, den er aufgebaut hat, hinauswerfe, zertrümmere im Namen Jesus Christus, denn sein Blut, sein Blut hat mich freigekauft und auch dich reingemacht von der Sünde, zurückgeführt in die Familie Gottes. Und diese Ehre können wir gar nicht hoch genug halten. Und somit können wir uns nicht in dieser Welt bewegen und sagen, wir gehören dazu, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Erbe ist größer als alles, was die Welt dir geben kann. Der Teufel nimmt, verdreht, er kommt nur, um zu täuschen, um zu stehlen, um zu töten. Und als erstes tötet er das Wort in dir. Er tötet deinen Glauben und er verringert ihn. Er erschafft ein falsches Bild vom Vater im Himmel. Und er sagt, dass Mittelmäßigkeit genügt, gehöre doch zur Welt. Du willst doch nicht komisch erscheinen. Oh, wir dürfen für unseren Herrn komisch erscheinen. Wir dürfen auffallen, weil wir Licht und weil wir Liebe sind, weil wir bereit sind, unsere Sünden zu bekennen, weil wir bereit sind, Buße zu tun, weil wir bereit sind, für das Himmelreich zu kämpfen, weil wir bereit sind, auf dem Wort zu stehen und weil wir niemals den Namen des Herrn verlästern. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, im Namen Jesus trete ich für deinen Thron, denn ich will deinen Heiligen Geist empfangen und ich will ihn berufen in mir, jede Festung des Feindes niederzureißen. Er soll mir helfen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen, jedes ungöttliche Muster in mir empfangen. jedes ungöttliche Wort in mir zu zerstören, denn ich will im Ebenbild Jesus Christus und somit in deinem Ebenbild wandeln und die neue Schöpfung sein, zu der du mich berufen hast, Vater. Im Namen Jeschua Hamaschier. Amen.